Gehen aber nicht, bevor wir noch ein kleines Geschenk überreichen. Ich weiß nicht, ob er es schon hat, aber ansonsten sollten Sie auf jeden Fall dieses Buch mal lesen. Die Kölsche Geschichte, die Historie, ist ja reich an bestimmten Typen und Spielern. Und Heinz Floh, glaube ich, ein ganz besonderer Spieler. Und auch wenn Sie früher, ich komme ja aus einem anderen Kulturkreis, also dass das ein bisschen, sag ich mal, der Gegner war. Es waren trotzdem tolle Zeiten und viel Spaß dabei. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Vielen Dank. Ich möchte mich bei allen bedanken.